Oh, Cottenfields back home, my microphone is straight. Ich wohne down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. It's a mo, Cottenfields back home. Das sieht aus wie Park, gibt's da. Ja, das hab ich von Michael J. Fox. Apropos, schade, dass Mo, er mit Ali gestorben ist. Das war schon so mit. Oh, Cottenfields back home. Ich wohne down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. It's a mo, Cottenfields back home. Das ist es jetzt. Erstmal schnell klatschen. Siehste, siehste, Traudi, da applaudieren die Leute. Genau darum geht's, du musst das übertragen, die Seele von dem Lied, die Aussage. Jetzt überleg doch mal, um was geht's denn in dem Lied. Gretel, da ist Gretel mit drin. Ja, und wer gehört zu Gretel? Der Hänsel. Genau, und was hat der Hänsel einen? Hänsel. Hänsel, äh, was? Ne, was hat denn der gemacht? Ach so, der hat, der Hänsel, bockt die Gretel. Ja, und dann? Gehänsel. Sense Baby. Genau. Und was fällt dir dazu ein? Was, bewegungsmäßig. Ja. Hä? Ja. Ausdruckstanz. Waldruf. Ja. 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 Und was da in Louisiana, just about a mile from Texas Cannon. Und was da in Louisiana, just about a mile from Texas Cannon. Und was da in Louisiana, just about a mile from Texas Cannon. Ja. 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 Ja.